Völler kündigt Anruf bei Flick an, es war seine Idee und eine wunderbare Entscheidung, Pascal Groß einzuladen. Besonderer Dank gilt Sportdirektor Rudi Völler seinem Vorgänger Hansi Flick, der nach einer Pause als Nationaltrainer entlassen wurde. Ich werde ihn morgen anrufen. Es war seine Idee und eine großartige Entscheidung, Pascal Groß einzuladen, von dem selbst in Deutschland viele nichts wussten. Er hat ein großartiges Spiel gemacht. 2-1, 1, Trainer Ferrer sagte nach dem Minus-Null-Spiel gegen Frankreich. Der 32-jährige Groß, ein Profispieler des englischen Klubs Breitenhove Albion, gab am vergangenen Samstag bei der berüchtigten 1-4-Niederlage gegen Japan in Wolfsburg sein Debüt als Einwechselspieler, 64. Auch im Halbfinalspiel gegen den Weltmeister in Dortmund wurde er eingewechselt, als Kapitän Ilkay Gündin zu Beginn des Spiels, 25. Über den ehemaligen Ingolstädter, Pascal Groß hat es sehr gut gemacht. Minute, das Feld verlassen musste. Er hat nach 5 Minuten eine gelbe Karte bekommen, aber danach muss er weiterspielen und am Zweikampf teilnehmen. Pascal Groß hat es sehr gut gemacht, sagte er über den ehemaligen Ingolstädter. Das hat er großartig gemacht.